Was ist denn mit deinem Kupflex? Ja, gehen wir mit deinem Kupflex. Ich denke, was. Wir werden nach uns auch so besser in unsere Ansätze. Ich soll wissen, wie betreute Zeiten mit Ansage der Menschen. Das ist gut. Soll ich lossehen? Wie geht's denn los? So ist es. Go for a cover. Hältst ihr hier? Los! Die Hinterhand hat gleich gehalten und die Folter zu schützen. Und jetzt geht's hier auf den ersten Platz. Die führt uns so ein ganz guter Mann mit ihm und Robert. Jetzt geht's ja nicht so genau. Sehr gut. Sehr gut. Und der dritte Zirkel wird klein und langsam. So möchte ich also so drei Tage lopfen und bevor wir mit X noch etwas hinsetzen. Und ein kleiner, langsamer Drift. Und dann auf X wieder anhalten. Und so kummeln möchten wir die Leute hier vorne auch mal sehen, die über 5 Millionen eingezahlt werden. Du kannst ja nicht nur auf den Punkt, du bist so schwer. Und er macht halt gleich weg. Und wir wissen das. Was wollen wir direkt machen? Vier fließen nicht. Sehr gut. Mit 10. Immer am Ende 10. Ich sage Ihnen, dass er jetzt aufhört. Also, dann machen wir das. 1 4 5 5 5 Wow! 3,750 nach oben, auch oben, auch hier. Okay, nun das Gleiche nach rechts. Sehr gut. Und auch hier helfen wir wieder. Ich schieb Sie ganz überfällig die Hinterhand rein. Genau, spürzt mit dem rechten Bein die vordere Schulter. Ja, ihr habt nichts. Von mir ist ein richtiger Lock. Schauen wir, wo du hin rein bist. Nach vorne, schauen Sie hin. Schauen Sie mir. Ja, sehr gut. Wo wollen wir den zweiten gehen? Zum richtigen Zirpen kommen. Sehr gut. Da war es nicht. Okay, und wieder so 2,3 der Locksprünge vor dem X. Gucken Sie. Sitzt da weiter ein. Na, sehr gut. Gut ist die Kontrolle. Auf dem langen Schiffel. Sehr gut, sehr gut. Und ein sehr schönes Sack und ein Hip-Pack. Und wir zeigen, wie entspannt das Glück ist. Aber das schnelle Manöver-Einheit trotzdem abschalten zu können. Und nun, so ist es. 5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,8. Bravo! Hallo! Perfekt! Also, die Fibber 8 liegt in der Arena, die gewinnt auf der deutschen Zirke liegen die ersten. Dann mal los! Also, die Fibber 8 liegt heute in der gleichen Geschwindigkeit mit der deutschen Kurve zum Zirkel. Also, erinnert euch. Sehr gut, hinterher ein Stück reingeschoben. Vorher zu mal ab. Come on, come on! Sehr schön, rein für die Dichtung. Mit das rechte Bein der Sperr, durch die Schulter, sehr gut. Und das gleiche Anlass davon, schau nicht. Seht uns! Jetzt fallen wir die Schulter! Ah, nein, nein, nein! Einen Gartensturm, aber das Garten macht keinen. Und jetzt kommen die Rundowns. Sehr gut, die Schleunig-Rundown. Die Schleunig-Rundown. Die Schleunig-Rundown. Die Schleunig-Rundown. Und das gleiche auf der anderen Seite. Das ist auf jeden Fall, es gibt die eine schöne Spur. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Die Ziele bescheuern wir. Und die Spannung. Sehr gut. Und sehr gut. Und die Ziele sind in Norbert nach Niemann. Und die Ziele sind gerade gestrungen. Bindung auf der Hintern. Jetzt kommen wir zum dritten Runder. Stopp hinter dem Mittelmarker wäre schön. Können wir mal gucken. Die Ziele wird mal aufgerufen. Die Ziele wird mal aufgerufen.